Herzlich willkommen bei der Artemis Immobilien AG, dem etwas anderen Immobilienunternehmen. 1990, als Franke Immobilien AG gegründet, fand 2015 die Namensänderung in Artemis Immobilien AG statt. Unser Büro befindet sich inmitten des Franke Areals in Arburg. Unsere Besonderheit liegt darin, dass wir nicht nur Bewirtschaftlerin, sondern auch Eigentümerin der Liegenschaften sind. Seit 30 Jahren entwickeln, bauen, bewirtschaften, unterhalten und vermieten wir Immobilien. Durch umfassende Dienstleistungen entlang des gesamten Lebenszyklus unserer Objekte haben wir ein ausgeprägtes Gespür für die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kundschaft entwickelt. Wir sind breit aufgestellt mit einem diversifizierten Wohn- und Gewerbeportfolio von der Nordwest bis zur Zentralschweiz. Bei allen Projekten legen wir großen Wert auf innovative Lösungen und einen umweltfreundlichen Ansatz. Die Nachhaltigkeit liegt uns besonders am Herzen. Deshalb setzen wir bei der Energieversorgung auf ökologische Technologien. So entfallen im Stadtblick in Arburg dank Photovoltaikanlage und Holzschnitzelheizung die Nebenkosten für Strom und Wärme. Das KWC-Quartier in Unterkulm beeindruckt nicht nur durch eine faszinierende Kombination aus historischen Bauten und modernen Gebäuden, sondern auch durch eine praktisch zu 100% CO2-neutrale Versorgung. Und im Lindenpark in Oftringen profitiert die ganze Mieterschaft von optionalen, innovativen Services, die den Alltag erleichtern. Lassen auch Sie sich begeistern von unseren etwas anderen Projekten und erfahren Sie mehr unter www.artemis-immobilien.com